Guten Tag. Hallo, was darf es denn sein? Ein Job bitte. Ja, dann zeige ich dir mal, was Justus zu bieten hat. Am Anfang steht das Einarbeiten und meine Kollegin und ich zeigen dir deine Aufgaben. Auf ein gutes Arbeitsklima und gute Kollegen kannst du dich vor. Neben einer fairen Bezahlung bekommst du Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld, Sonnen- und Feiertagszuschlag. Danke. Ah, und der übertarifliche Urlaubsanspruch ist auch nicht schlecht. Bei Justus bekommst du mehr Rabatt auf den Personaleinkauf als bankenüblich. Ein Heißgetränk und ein Gebäck wird während der Arbeitszeit gratis. Und was sagst du jetzt dazu? Nehm ich. Ja! 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 Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020